Und meine Runde geht los. Boah, erste Cooper Nice. Track Limit. Was alter, ich habe ja ewig verdattelt jetzt mein DRS einzuschalten. Das war scheiße gerade, man. Fuck. Boah, knapp, Alter. Das ist aber auch mit gelb WCW. Dritter, dritter, dritter. Krass, oder? Das ist ein Unterschied. Wir haben schon übertrieben, Alter. Nice. Da geht doch was jetzt, ey. Da geht doch was. Boah, scheiße, Alter. Oh, perfekter Start, Alter. Ich glaube, Rosberg habe ich. Yes. Rosberg hat mich berührt. Jetzt muss ich dranbleiben. Boah. Nicht ganz, nicht ganz. Los. Oh, der zieht, der zieht. Bam, Alter. Geht doch. Ja, ich hätte jetzt hier gerne noch den klassischen Überholbutton. Oh, wir sind übersteuern gehabt. Oh, die funkt, Alter. Jetzt wird das natürlich spannend hier. Ja, alles gut. Oh ja, die haben sie gerade gegenseitig gekickt von der Strecke. Hamilton ist weg. Also hinter mir. Ja, Vos India ist auch stark gerade. Vierter und Fünfter geworden gestern. Ja, gut. Da sind ja auch viele ausgefallen. Trotzdem. Trotzdem. Nach Mercedes die stärkste Teamleistung. Da wurde ja auch mal Zeit für Hürgenberg, dass der auch mal vorwärts kommt da. Kein Podium bekommt. Alter, hast du das gesehen? Nee. Der hat Verstappen gemacht. Echt? Geil. Ich war gerade einfach dritter. Jetzt überholt er mich auch noch, der Hurensohn. Bist du letzter, oder was? Ähm, 18. Oh, Mann, Alter. Häftig, Alter. Jo, hier sind zwei Autos ineinander. Zwei unerlaubte Überholmanöver. Boah, ha. Boah, ich krieg die allerletzten, den allerletzten Knick krieg ich nie richtig. Gib alles. Boah. Alter, dass ich echt so krass schneller bin als die ganzen anderen Autos hier hinten, das ist echt krank, Alter. Die sind quasi so stark wie Mercedes gerade. Also ich kann an ihm dranbleiben halbwegs. Ja, ja, das reicht auch eben. Oh, ja, Pit Limiter, bla, 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 bla. Ey, du Singer, Alter. Aha. Aber schön, dass mir Hamilton hier den Verstappen gemacht, Alter. Das ist echt schön gewesen schon, ja. Da war ja gestern so Hamilton neu gelobt, ja. Ist ja lächerlich. Eieieiei. So letzte Runde, da muss ich aber auffahren, glaube ich. Geringet Regenrisiko, die Mende wird jemand ändern. Der Abstand zum Auto vor mir beträgt 27,2 Sekunden. Wie ist das denn? Achso, na gut. Hinter mir kommen sie genau in dem Abstand, dass sie wahrscheinlich gleich warten muss. Ne, hab Glück. 2,7, Alter. Mein bester Stop, glaube ich, in der Karriere bis jetzt. Also der hier. Ja. Achter momentan. Oh ja, hier kriegt er in der Rom einen Ferrari. Die Box hört sich voll an. Zweiter. Da vorne kommt er raus. Ich hab Zeit gewonnen, würde ich mal überhaupt im Vergleich zum unmittelbar vor dem Stop. Oh, lol, Alter. Gesundheit. Oh, Hamilton kommt von hinten. Ich fahr auch grad ein bisschen scheiße schon. Beziehungsweise die Reifen sind schon wieder... ...am verschleißen. Oh, ho, ho, ho. Wiii. Er fährt jetzt nicht außen vorbei, oder? Nee. Traut er sich nicht? Haha. Alter, jetzt fährt er innen vorbei. Eieiei. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Noch mal reingebremst. Und der ist von ihm. Was hat ein Typ hier? Seid ihr stohnt, Alter? Macht mal nie, was ihr wollt. Jetzt in die Zirn auf... Oder geht's. Auch hier geht's noch auf zuer. Das ist jetzt sogar ein Typ. Und das ist es das dem Typ. Eiei... Töne... Es ist eigentlich. 76%? Ey, die überholen mir hier schon alle, Alter. Vorne links hab ich 75. Ich hab 77 gerade. Ey, scheiße! Oh nein, Alter, ich hau alles weg in der vorletzten Kurve. Keine Strafe. Ich hab ihn weggekegelt, aber keine Strafe. Alles ist gut. Der Brenn-Sieger bei mir, Nico Rosberg. Ja. Alter Schwede, ey. Ricciardo und Ferrari jetzt hinter mir statt Hamilton. Ah, ich bin durch. Zwei da. Ich hab schon dickes Achtungszeichen hingeblendet, Alter, weil 79% Reifen-Damage.